Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Die Pandemie verlangt uns allen alles ab. Und wer gedacht hatte, die Lockerungen, die seit Montag gelten, würden uns eine Atempause schenken, der irrte. Denn plötzlich lässt einen die Politik abseits von Corona und der Tiroler Rebellion die Luft anhalten. Eine Woche, drei Rücktrittsaufforderungen an ÖVP-Minister. Innenminister Nehammer geriet wegen der BVT-Versäumnisse unter Druck. Wirtschaftsministerin Schramböck wegen Steuergeldverschwendung rund ums Kaufhaus Österreich. Und zum Schluss gab es auch noch die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel wegen des Verdachts auf Bestechung. Für den engsten Vertrauten von Kanzler Kurz gilt die Unschuldsvermutung. Die Bestechungsvorwürfe hat der Eides staatlich für falsch erklärt. Juristisch ermittelt wird die Frage, wurde eine Spende des Glücksspielkonzerns Novomatic mit einer Amtshandlung verknüpft oder nicht. Über mögliche Erkenntnisse und Lösungsansätze in vielen Bereichen diskutiere ich mit vier Juristinnen und Juristen und einem Politikwissenschaftler. Schönen guten Abend, Maria Berger. Die ehemalige Justizministerin Espel meint, nur unabhängige und gut ausgestattete Staatsanwaltschaften können Korruption wirksam bekämpfen. Andreas Kohl, der ehemalige Präsident des Nationalrates ÖVP, kritisiert, die vielen Konflikte schaden dem Ansehen der Justiz. Wolfgang Peschorn, der Präsident der Finanzprokuratur und ehemalige Innenminister, sagt, wir erleben das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung. Machtmissbrauch wird erschwert, wenn das Handeln von Politikern, Behörden und der Justiz dokumentiert ist und die Motive wie auch die Verwendung staatlicher Mittel transparent nachvollziehbar sind. Kornelia Koller, die Präsidentin der Vereinigung Österreichische Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, mahnt, Staatsanwälte haben keine politische Agenda, sie machen einfach ihre Arbeit. Und Peter Vilsmeier, der Politikwissenschaftler, meint, juristisch gilt die Unschuldsvermutung, welche man auch ernst nehmen soll. Politisch können wir uns aber nur noch wundern, was in Österreich alles möglich ist. Auf OFON können Sie unter debatte.of.at slash im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herr Kohl, Sie haben 50 Jahre aktiv in der Politik die Politik erlebt. Haben Sie je so eine schwarze Woche einer Regierungsmannschaft der ÖVP erlebt? Also ich habe viele schwarze Wochen erlebt, aber nicht in dermaßen dramatischen Umständen wie in dieser Pandemie. Weil in dieser Pandemie hat eigentlich alles einen anderen Stellenwert. Die Bekämpfung der Pandemie ist eigentlich das, was die Bevölkerung von uns allen erwartet, vom gesamten politischen System. Die Angst regiert. Es gibt eine gereizte Stimmung. Eine gereizte Stimmung nicht nur in Teilen der Bevölkerung, sondern auch eine gereizte Stimmung im Parlament, wie ich sie nie erlebt habe. Also da muss ich Ihre Frage klar beantworten. Eine derartig doch fast von Hass geprägte Stimmung zwischen Parlamentsparteien, dermaßen zugespitzte Diskussionen, habe ich nicht erlebt. Die Konflikte, die Sie ansprechen, das heißt also die Ereignisse, sind von völlig unterschiedlichen Stellenwert. Ich möchte nicht Tagespolitik jetzt hier machen und das bewerten, aber dass keine dieser Dinge ist. Besonders habe ich schon Justizprobleme erlebt. Ich habe Korruptionsvorwürfe erlebt. Ich habe sehr, sehr viel erlebt. Minister anklagen, ja, nein. Das ist alles eigentlich politisch normal. Sondersitzungen sind politisch normal. Misstrauensvoten sind politisch normal. Das gehört alles zum normalen Instrumentarium. Aber die Stimmung ist gereizt. Die Angst der Bevölkerung ist verbreitet. Die Wirtschaft verdient unser aller Unterstützung. Und in solch einer Situation einen Finanzminister mit einer Hausdurchsuchung zu verfolgen, muss man schon fast sagen, da bedarf es schon einer gewichtigen Rechtfertigung. Und das ist ein Eingriff, der von einer Schwere ist, wo man sagen muss, das muss man sich sehr gut überlegen. Ich habe Vertrauen in die Staatsanwälte in ganz Österreich. Es gibt ganz wenige Ausnahmen und die sind meistens in Wien konzentriert. Und ich habe ein großes Vertrauen in die Justiz und ein großes Vertrauen in die Richterschaft. Das ist für mich, das ist eine Elite in diesem Land. Und zwar eine Leistungselite. Und daher bin ich genauso gelassen wie andere, dass am Ende wird herauskommen, die Wahrheit herauskommen. Ich muss auch sagen, ich habe Vertrauen, das möchte ich jetzt sagen, in den Gernot Blümel. Ich kenne ihn seit Beginn seiner Laufbahn als im Büro, in der Parlamentsdirektion komme ich, also beim Präsidenten. Ich kenne ihn gut, ich habe Vertrauen in Gernot Blümel. Ich glaube ihm. Herr Vilsmeier, eine schwarze Woche für die türkisen Seuchen, ja für die Volkspartei. Die Analysen der Journalisten und Journalistinnen in den verschiedenen Medien hört sich ganz anders an, als wir das jetzt eben von Andreas Kohl hören. Was ist denn Ihre politikwissenschaftliche Analyse? Natürlich war es eine Krisenwoche für die ÖVP und auch für Bundeskanzler Sebastian Kurz. Denn er hat ja das System der Ministerwahl in der ÖVP grundlegend geändert. Lange Zeit hatte man den Eindruck, da gibt es die Vorgabe, eine komplizierte Quadratwurzel. Mitgliedschaft in einer Landesorganisation dividiert durch Zugehörigkeit zu einer Teilorganisation, vulgo Bund, dann wirst du Minister. Sebastian Kurz hat nach dem Kriterium der persönlichen Loyalität ausgewählt, damit jemand Minister wird. Nur diese Loyalität hilft ihm jetzt nicht. Er hat da keinen Flankenschutz, wenn gegen den Bundesfinanzminister ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit läuft. Wenn der Innenminister gleich vielfach kritisiert wird, Demonstrationen verbieten, die dann trotzdem stattfinden. Sein Verständnis von humanitärem Bleiberecht, vor allem aber auch ein ihm gegenüber sehr kritischer Bericht zu den Behörden, die möglicherweise den Terroranschlag am 2. November bei besserer Kommunikation verhindern hätten könnten. Und dann auch noch die Wirtschaftsministerin, die für eine Internetseite Kaufhaus Österreich nicht allein, aber mit einem Million Euro ausgegeben hat, wo geringe Funktionalität schon eine Beschönigung wäre. Und man muss jetzt sauber trennen die rechtlichen Aspekte und die politischen. Selbstverständlich sage ich gerade als der einzige Nicht-Jurist in der Runde, dass rechtlich besonders sachlich und unaufgeregt vorgegangen werden sollte. Mich irritiert sowohl auf der einen Seite ein hyperventilierendes Hängt-in-Höhr, wo die Unschuldsvermutung als unverbindliche Empfehlung gesehen wird oder ganz abgelehnt wird, als auch auf der anderen Seite zum Beispiel eine parlamentarische Anfrage der ÖVP an die Justizministerin, jetzt durch den Vizekanzler vertreten, die eher nach einer Wahlrede in der Wortwahl klingt, als nach dieser von mir eingemahnten Sachlichkeit. Und politisch kann man sich schon über vieles wundern, selbstverständlich, über den berühmt-berüchtigten SMS-Verkehr, wo von möglichen Interventionen bei italienischen Steuerbehörden in Verbindung im selben Satz mit einer Spende, die jetzt plötzlich keiner mehr kennen will, was gemeint ist, bis hin zu einem Job für die Freundin des obersten Novomatic-Managers die Rede ist. Und man darf sich wohl auch über die Vereine wundern. Ich weiß schon, dass Österreich das Land der Vereine ist, aber da habe ich mir vorgestellt, dass ich Mitglied im Fußballverein, beim Gesangsverein oder am Land bei der Freiwilligen Feuerwehr. Doch wir machen es ja auch nicht im ORF, eine Vereinsgründung zur Freunde der Förderung von Diskussionssendungen, sondern wir kommen einfach, also die Frage ist auch, warum gibt es solche Vereine im Parteiumfeld, im Umfeld von und mit Gernot Blümel überhaupt? Warum werden die gegründet, wenn nicht eine Partei oder Parteiakademie das selbst macht? Jetzt hat Herr Filsmeier das angesprochen, Frau Koller, dass es eben eine parlamentarische Anfrage von der ÖVP gibt, eben was die Causa-Finanzminister Blümel betrifft. Und da steht etwa drinnen, ist es nicht problematisch, dass die Basis für die Ermittlungen und die Hausdurchsuchungen ein Termin und eine Spende sind, obwohl es weder eine Spende noch einen Termin gegeben hat? Was sind denn die Voraussetzungen für eine Hausdurchsuchung? Das System, nach dem die Staatsanwaltschaften arbeiten, ist ganz klar geregelt. Die Spielregeln und die Möglichkeiten, die die Staatsanwaltschaft hat, sind in der Strafprozessordnung festgelegt. Und da gibt es eben verschiedene Verdachtslagen. Man muss am Anfang beginnen, chronologisch. Die Staatsanwaltschaft in Österreich ist verpflichtet, jedem Hinweis, den sie bekommt, nachzugeben. Das ist egal, ob der anonym ist, ob der mit Namen ist, ob der über das BKMS, also eine anonyme Whistleblower-Anträge kommt, ob der persönlich kommt. Wir geben jedem Verdacht nach. Das ist so, alles andere wäre auch rechtsstaatlich höchst bedenklich. Wenn dieser Anfangsverdacht, wie es jetzt in diesem rechtlichen Jargon heißt, gegeben ist, das heißt, wir haben einen Hinweis, von dem man nicht von Anfang an sagen kann, das ist logisch nicht nachvollziehbar, das ist völlig undenkbar, dann müssen wir den Sachverhalt aufklären. Und das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Wir wollen weder jemanden an den Pranger stellen, noch zwingend hecheln, wenn eine Verurteilung hinterher. Also wir haben nichts davon. Was ist das Ziel unserer Arbeit? Den Sachverhalt klären, was ist passiert. Und damit das geklärt werden kann, müssen wir uns natürlich überlegen, wie kommen wir zu den Informationen, was ist passiert. Und das werden einerseits natürlich Befragungen der involvierten Personen sein, aber andererseits gibt es auch die Möglichkeit, dem Zwangsmittel anzuwenden. Wenn Sie hören, dass es den Verdacht gibt, eben jetzt von der ÖVP, dass es parteipolitisch motiviert ist? Das geht für mich gar nicht. Ein Zwangsmittel ist ein ganz normales Hausdurchsuchen, ist eine Anordnung. Die Staatsanwaltschaft hat einen Verdacht, den sie schildert, den legt sie da in ihrer Anordnung und begründet auch, warum sie diese Hausdurchsuchen machen will, was sie finden möchte und was sie glaubt zu finden. Was ist eigentlich strafbar jetzt bei der Bestechung? Bei der Bestechung gibt es verschiedene Teile. Also es gibt zum Beispiel das Anbieten, das Gewähren und das Versprechen. Das sind drei Teilaspekte, die in der Bestechlichkeit strafbar sind. Da gibt es eben dann die Seite, teilweise auf der aktiven Seite, das heißt, ich möchte jemanden bestechen oder ich lasse mich bestechen. Und dann gibt es noch die Intervention über Dritte, wenn man den Weg über Dritte sucht. Das ist relativ diffizil, sehr kompliziert. Dann gibt es die Versuchsstrafbarkeit, es gibt verschiedene Teilaspekte, wenn jemand einen anderen dazu bestimmt oder nur einen Beitrag leistet. Das muss alles geprüft werden. Und das ist genau Inhalt des Ermittlungsverfahrens. Das Problem ist auch nicht, dass die Ermittlungen geführt werden, die müssen geführt werden. Das Problem ist, dass Ermittlungsverfahren öffentlich gemacht werden, zu einem Zeitpunkt, wo die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Das schadet der Staatsanwaltschaft, weil wir unsere Kriminaltaktik nicht durchführen können und alle Ermittlungen durchführen können. Das schadet aber auch allen Beteiligten, weil wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das Verfahren ausgeht. Und viele Verfahren enden mit einer Einstellung. Und das bleibt dann aber öffentlich stehen. Herr Peschon, Sie waren Innenminister sieben Monate lang. Jetzt sind Sie wieder Präsident der Finanzprokuratur. Man muss sagen, die ist ja angesiedelt beim Finanzministerium. Aber Sie selber haben inhaltlich nie Weisungen oder so vom Finanzminister. Kriegt man in der Form nicht. Und Sie sind bei mir in der Sendung gewesen am 17. Mai 2020. Das war genau der Jahrestag, Ibiza-Video. Also vor ein bisschen mehr, also bald einem Jahr. Und da haben Sie gemeint, Macht braucht Kontrolle. Menschen, die in einer Regierung Verantwortung übernehmen, sollten tagtäglich beweisen, und ich zitiere jetzt wörtlich, dass sie für die Interessen des Landes da sind und kein anderes Interesse dem vorgeht. Und da muss man unbestechlich und sauber sein und darf nicht einmal der Eindruck entstehen, dass man das nicht ist. Welchen Eindruck haben Sie denn von dieser Woche? Dass es eine durchaus spannende Woche war, ist einmal der Eindruck. Aber ich glaube, die Frage zielt ja auf die Ereignisse, die gerade vorhin diskutiert worden sind. Und da muss man auch sagen, das betrifft jetzt nicht nur politische Entscheidungsträger, dass man unbestechlich sein muss und dass man kontrolliert sein muss. Das betrifft jeden, der staatliche Gewalt ausübt. Das ist ein Finanzbeamter genauso wie ein Staatsanwalt. Und nicht umsonst sagt der oberste Gerichtshof in einer ständigen Rechtsprechung zum Amtshaftungsrecht. Im Amtshaftungsrecht geht es darum, haftet der Staat für Fehlverhalten seiner Organe, vom Kleinen bis zum Großen Beamten bis zum Politiker, dass diese sich immer rechtsrichtig zu verhalten haben. Und das bedeutet auch im konkreten Fall, dass man die Frage stellen muss, ob sich die Organe der Strafverfolgungsbehörden hier rechtsrichtig verhalten. Ich gehe einmal davon aus, natürlich als Anwalt der Rebe Blick, aber das wird man sich auch anschauen müssen, ob hier, und die Frau Präsidentin Koller hat es schon angesprochen, am Anfang von Ermittlungen steht immer der sogenannte Anfangsverdacht. Und da heißt es in der Strafprozessordnung, wenn Anhaltspunkte vorliegen, die vermuten lassen, dass eine Straftat vorliegt. Und diese Vermutung ist kein Bauchgefühl, sondern das muss sich sachlich nachvollziehbar darlegen lassen. Es gibt zwei Dinge, die daher wichtig sind für alle. Für den Politiker, der ganz an der Spitze steht, für den kleinen Beamten, der hier zuarbeitet. Er muss seine Aufgabe transparent vollziehen. Er muss nachvollziehen können, warum er etwas macht und warum er etwas nicht macht. Und es muss dokumentiert sein, damit die Kontrolle, die letztendlich bei einem obersten Organ durch das Parlament wahrzunehmen ist, auch funktioniert. Und daher sind Themen wie zum Beispiel vorauseilender Gehorsam, also man tut schon etwas, weil man glaubt zu wissen oder schon weiß, was von einem verlangt wird, ein schleichendes Gift in der Verwaltung und im Staatsgefüge. Weil nicht nachvollzogen werden kann, warum etwas getan wird. Und das, was wichtig ist, und das ist in der Justiz ja gerade angeordnet, im Staatsanwaltschaftsgesetz. Weisungen sind schriftlich zu erteilen, sind zu dokumentieren und müssen nachvollzogen werden können. Frau Berger, Frau Meindl-Reisinger in der ZIB 2 jetzt bei Martin Thür hat gemeint, dass Finanzminister Blümel zurücktreten müsste für die Zeit der Ermittlungen. Sehen Sie das ähnlich? Also ich sehe das als politische Forderung. Ich denke aus juristischer Sicht, das Mindeste sollte sein, dass seine Zuständigkeit für das Glücksspielwesen einem anderen Minister übertragen wird. Er muss ja als Behörde hier objektiv vorgehen. Es ist im Interesse der Mitbewerber von Novomatic, auch im Interesse der Konsumenten, dass die oberste Aufsichtsbehörde hier unbeeinflusst von einem zu beaufsichtigten Unternehmen handeln kann. Und wir wissen ja nicht, ob es weitere Beweise zur Entlastung oder zur Belastung in den Händen von Novomatic gibt. Und darum denke ich, dass das das Mindeste sein sollte. Und ich glaube aber auch, und das möchte ich unter Diskussion auch hier betonen, dass die Staatsanwaltschaften natürlich in Zeiten der Pandemie jetzt keinen Rabatt geben können oder ihre Arbeit einstellen können. Und ich glaube auch, dass gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, ein besonderes Vertrauen in die Politiker und in die Minister notwendig ist, weil die Regierung uns als Bürgerinnen und Bürger doch sehr viel abverlangt. Und ich denke, dass man die rechtlichen Aspekte schon immer genau nehmen muss. Und was mich in dieser Sache wirklich überrascht hat, wie unterentwickelt das Unrechtsbewusstsein ist, eben, dass ein CEO eines großen Unternehmens jemanden dadurch in Verlegenheit bringt, dass er ein SMS schickt, wo die Bitte um eine Amtshandlung verbunden wird mit der Erwähnung einer Spende. Das müsste bekannt sein, dass das schon im Hinblick auf Paragraf 306 StGB problematisch sein kann. Und wenn ich so ein SMS bekomme, muss ich als professioneller Politiker sofort sagen, wir tun gerne etwas für Sie, wenn es rechtlich okay ist, wenn es im Interesse Österreichs ist. Aber bitte vergessen Sie das mit einer Spende. Wir nehmen nichts an. Halten Sie das, Herr Kohl. Franz Fiedler hat gestern im Mittagsjournal von Ö1 gesagt, die Frage, die sich stellt, ist, eben, ob er es vertragbar hält zu bleiben oder schadet es der Partei, wenn eben der Finanzminister bleibt? Ich möchte zuerst noch dem Herrn Filsmeier antworten. Sie haben mit sehr harten Worten die parlamentarische Anfrage der Michaela Steinacker und des ÖVP-Klubs an den Justizministerin gegeißelt. Ich muss dazu sagen, wir werden ja darauf zu reden kommen, dass die zentrale Frage, die Weisungsspitze in diesem Fall ist, wer steht an der Spitze der Strafverfolgungsbehörden? Ist das ein Minister, der politisch verantwortlich ist? Oder ist es ein dem Rechnungshof Präsidenten ähnlich bestellter Bundesanwalt? Ich bin inzwischen der Meinung, es sollte ein Bundesanwalt sein. Ich hoffe, dass wir darauf zu sprechen kommen. Warum sage ich das? Es muss eine Stelle geben, in der die handelnde Staatsanwaltschaft überprüft wird, ob sie alle vom Herrn Präsident Peschon so trefflich und Frau Präsidentin Kolder ebenfalls dargestellten Passelstücke zusammengesetzt hat, dass es einen Anfangsverdacht gibt. Und in der Anfrage, Herr Wilsmeier, wird auf gewisse Fragen hingewiesen, die ich nicht beantworten kann, aber die legitimerweise gestellt werden müssen. Nämlich, das Gericht ist eingeschaltet worden zur Genehmigung der Hausdurchsuchung am 23. Dezember des letzten Jahres. Von dem Moment an war Herr Blümel beschuldigter. Warum hat die Staatsanwaltschaft nicht die in der Strafprozessordnung vorgesehene Besprechung mit Herrn Blümel, mit dem Beschuldigten, gemacht? Warum ist das sechs Wochen nicht erfolgt? Das ist eine Frage. Na, Moment. Eine zweite Frage ist, warum ist das in den internen Erlässen vorgesehene sogenannte Berichtssystem verletzt worden? Denn nach den internen Erlässen muss eine Staatsanwaltschaft drei Tage vor einer Hausdurchsuchung spätestens der Oberstaatsanwaltschaft berichten. Und da ist dann das Vier-Augen-Prinzip, das wird dann kontrolliert. Gut, Herr Kohl, aber lassen wir die Frau Kolder gleich antworten. Alle diese Kontrollen funktionieren meines Erachtens nach nicht. Es wird regelmäßig werden solche den Beschuldigten schützende Rechte verletzt. Und deswegen brauchen wir eine neue Weisungsspitze, brauchen wir eine neue Kontrolle, die also auch zum Beispiel verhindert, dass geheime Prozessakten in der Öffentlichkeit sind und in Zeitungen abberufbar sind. Frau Kolder, bitte. Also ich drehe die Frage jetzt um. Frage zwei. Generalstaatsanwalt Neuerweisungsspitze bin ich gerne für eine Diskussion zu haben, jederzeit, fordern wir seit Jahren. Aber das hat nichts damit zu tun und ich möchte das richtigstellen, die Berichtspflicht an die Oberstaatsanwaltschaft ist eine interne Qualitätssicherung. Das hat nichts mit beschuldigten Rechten zu tun. Die beschuldigten Rechte, die sind im rechtsstaatlichen Verfahren beim Gericht. Das Gespräch schon. Das Gespräch, darauf komme ich dann zurück. Ja. Der Beschuldigte hat immer das Recht, das im rechtsstaatlichen Verfahren, nämlich mit einer Beschwere ans Oberlandesgericht gegen die gerichtliche Bewilligung der Hausdurchsuchung, zu bekämpfen. Da kann er es geltend machen, dass der Anfangsverdacht nicht gegeben war. Da kann er geltend machen, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben war, etc. Das konnte er aber in diesem Fall nicht. Das konnte er. Sobald ihm die Hausdurchsuchung in Druck gestellt wird, hat er 14 Tage Zeit. Er wurde in die Staatsanwaltschaft zu einem Gespräch eingeladen. Dort wurde ihm der Beschluss gegeben, Hausdurchsuchung, und die wurde sofort gemacht. Naja, bei einem Drogendealer, wir können ja nicht hingehen und sagen, wir kommen in 14 Tagen. Also das ist relativ zahnlos. Aber grundsätzlich ist das ganz normal, wenn wir eine Hausdurchsuchungsbefehl zustellen per Post und dann 14 Tage warten, bis wir ihn vollziehen. Also das Beschwerderecht gilt, aber dann nützt das nichts. Das hat keine aufschiebende Wirkung, ist im Gesetz so festgelegt. Aber auch, dass eine Anordnung, ich möchte grundsätzlich erzählen, wie das System funktioniert, dann ist das alles nicht so verdächtig, wie es hier dargestellt wird. Die Staatsanwaltschaft möchte eine Hausdurchsuchung durchführen. Das heißt, wir stellen einen Antrag beim Gericht, beim Rechthaft- und Rechtsschutzrichter, wo wir begründen, was ist unsere Verdachtslage, welche Beweisergebnisse haben wir und was erwarten wir dort zu finden. Der Richter muss dann das bewilligen, der kann selbst prüfen, ob er weitere Ermittlungen braucht, ob er weitere Auskunft braucht und bewilligt dann, dass die Staatsanwaltschaft eine solche Anordnung durchführen darf. Dann hat die Staatsanwaltschaft erst die Bewilligung, dass die Durchführung wirklich stattfindet. Diese Entscheidung trifft danach die Staatsanwaltschaft. Das ist eine neuerliche Entscheidung und die ist notwendig, weil sich ja in der Zwischenzeit ermittlungstaktisch etwas ergeben kann. Der Richter gibt mir eine Frist, das sind oft mehrere Monate, das ist überhaupt nicht auffällig, innerhalb derer ich diese Anordnung vollziehen kann. Wenn ich die Anordnung jetzt habe, dann ist der übliche Vorgang, die Kriminalpolizei kommt zum Beschuldigten oder wir laden ihn zu uns und sagen, bitte, lieber Herr Beschuldigter, wir haben den und Verdacht, wir suchen das und das. Sie haben die Möglichkeit, uns das freiwillig herauszugeben oder wir vollziehen diese Anordnung. Und dann hat der Beschuldigte natürlich das Recht, das durchzulesen, in Ruhe eine Vertrauensperson beizuziehen, mit seinem Anwalt zu sprechen und zu überlegen, wie er weiter vorgehen will. Aber eine aufschiebende Wirkung hat diese Beschwerde nicht. Sie haben sich vorher gemeldet, bitte. Vielleicht nur noch ein Wort zur parlamentarischen Anfrage. Ich denke, einem Minister müssen in so einer Situation die gleichen Verteidigungsmittel zur Verfügung stehen, wie sie allen anderen Beschuldigten zur Verfügung stehen. Da gibt es sehr viele gerichterliche Genehmigungen, die erforderlich sind, Rechtsmittel, die gegen einzelne Schritte eingelegt werden können. Ich halte es aber für problematisch, wenn jemand, der eben Minister ist, zu seiner Unterstützung zusätzlich politisch-parlamentarische Mittel einsetzt, um eben die Staatsanwaltschaft auch in ein schlechtes Licht zu rücken. Und in dieser parlamentarischen Anfrage ist dem vom Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft die Rede. Und sie wird insgesamt eben sozusagen versucht, wird versucht, diese Staatsanwaltschaft zu schwächen. Und das glaube ich, dass es ein Privileg ist für einen Minister, der beschuldigt ist, gegenüber normalen Bürgerinnen und Bürgern, die können zu ihrer Verteidigung nicht eine parlamentarische Anfrage einbringen, um sich eine bessere Position zu erkämpfen. Ich wüsste nicht, dass ich die parlamentarische Anfrage an sich in Frage gestellt habe. Dieser Vergleich mit den weniger Möglichkeiten für Bürger und Bürgerinnen stimmt. Trotzdem sehe ich das als das gute Recht einer und mehrerer Abgeordneten aus dem Parlamentsklub der ÖVP. Mich hat auch nicht dieser Rechtsstreit hier jetzt gestört, sondern zwei Aspekte in der Anfrage haben mich irritiert. Einen haben Sie angesprochen, dass da quasi der Staatsanwaltschaft für Wirtschafts- und Korruptionsangelegenheiten eine Diktion, so kommt es in der Anfrage sinngemäß vor, wie die Opposition sie verwenden würde, vorgeworfen wird. Weil da hebe ich es dann endgültig auf eine politische Diskurs. Das geht auch in allen Medien. Und das Zweite ist, wo sinngemäß drinnen stand, nachdem der Herr Finanzminister jetzt seine Unschuld bewiesen hat innerhalb nur weniger Tage, da kommt eine Ebene weg von der Sachlichkeit dazu. Ich möchte noch kurz bezogen auf das, was Sie, Frau Berger, angesprochen, mit der Frage des Rücktritts, wie diffizil und schwierig das zu beantworten ist. Und ich maße mir auch gar nicht an, das zu können. Denn auf der einen Seite anerkenne ich ein Argument des Finanzministers, wie für jeden Bürger in jedem Beruf auch. Er sieht sich als vollkommen unschuldig. Und es kann doch nicht die Konsequenz, die Aufgabe des Berufs sein. Jetzt gibt es natürlich in der Theorie eine Lösung, dass man sich quasi vorübergehend karenzieren lässt, Aufgaben überträgt. Nur ist das realpolitisch möglich und in der Verfassung so gedacht. Er ist ja nicht kurzfristig erkrankt. Er ist Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren. Also diese vorübergehende auf Agendenübergabe funktioniert irgendwie nicht. Ich bin mal weg und dann bin ich wieder da. Man kann natürlich auch das Bundesministeriengesetz selbstverständlich ändern. Ich weiß nicht, ob aber dann die Kritiker zufrieden sind, wenn für den Glücksspielbereich die Wirtschaftsministerin zuständig ist oder für Vereine dann der Innenminister. Das ist diffizil für den Betroffenen. Das verstehe ich als Argument. Umgekehrt, nur der Interessenskonflikt liegt auch auf der Hand. Es ist kaum bisher im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden. Der Finanzminister hat mehrmals auf Journalistenfragen gesagt. Er hat jetzt angewiesen im Finanzministerium Beamte. Sie sollen jetzt einmal rausbekommen, wurde da überhaupt interveniert bei italienischen Steuerbehörden und wenn ja, wie? Jetzt hat er das als Weisungsbefugter gemacht, bekommt die Rückmeldung von weisungsgebundenen Beamten, berichtet das dann der Öffentlichkeit oder auch nicht, ist aber gleichzeitig genau in der Causa beschuldigt in einem Ermittlungsverfahren. Das ist schwierig. Aber die Intervention in Italien ist ja eine Hilfeleistung, die normal ist. Herr Peschorn. Danach möchte ich aber noch zum Rücktritt was sagen. Herr Peschorn, bitte. Nach Peschorn. Ich glaube, man sollte immer die Sachverhalte versuchen, richtig zu beurteilen. Wir alle kennen, glaube ich, diesen Ermittlungsakt nicht und ich kenne ihn nicht. Die Frau Präsidentin Kohler hat vorhin geschildert, wie das so ausschaut bei einer Hausdurchsuchung. Aber wenn wir vorher von Anfangsverdacht gesprochen haben, dann heißt ein Anfangsverdacht nicht sofort, dass man eine Hausdurchsuchung machen muss, sondern der Anfangsverdacht bedeutet, dass man zielstrebig ermitteln soll und mit dem gelindersten Mittel. Also das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das muss man sich auch vor Augen halten und ganz von dieser konkreten Angelegenheit, zu der ich selber nichts sagen kann, weggehen. Hier wird mit Zwangsmitteln vorgegangen, das ist rechtlich legitim, wenn die Voraussetzungen vorliegen, mit Zwangsmitteln, wo man in Grund- und Freiheitsrechte eingreift. Jeder Österreicher hat im Rahmen der Coronavirus-Pandemie darüber nachgedacht, ob die Polizei bei ihm zu Hause nachschauen kann, ob es eine illegale Party gibt oder nicht. Also hier findet eine Hausdurchsuchung statt, das ist ein Mittel des Zwangs und da muss man sich die Frage stellen, ob bei einer Person, die immerhin ein oberstes Organ der Bundesregierung ist, ob das etwas Besonderes ist, wenn das stattfindet oder nicht. Und die Antwort ist wahrscheinlich, und deswegen sitzen wir hier und diskutieren, ja. Und für diesen Fall hat der Gesetzgeber meines Wissens nach im 101-Stbo auch vorgesehen, dass hier die Zuständigkeit für diese Maßnahmen alleine bei Gericht sind. Also so wie es früher war, wie ich es noch gelernt habe im Jus-Studium, dass der Untersuchungsrichter alle Anordnungen trifft. Diese Kompetenz beim Untersuchungsrichter, der nicht mehr so heißt, bei Gericht ist und diese Untersuchungen dort geführt werden, Stichwort klammeröse Fälle. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, die Hausdurchsuchung wurde ja von... Vorreiter 1 möchte ich noch sagen, zu Frau Dr. Berger. Naja, da stimmt schon, dass das ein anderer Bürger nicht machen kann. Aber wenn man die Homepage im Parlament, parlamentgv.at anschaut, hat man eine zahlreiche Anzahl an Anfragen, die zu ganz konkreten Strafverfahren die Weisungen von verschiedenen Abgeordneten abfragen. Also zumindest für mich ist das verständlich, dass immer wieder Parlamentare im Wege des Interpellationsrechts zu konkreten Strafverfahren auch die Weisungen, die da erteilt wurden, nachfragen. Zum Rücktritt möchte ich noch etwas sagen. Franz Fiedler, selber Staatsanwalt, in allen Funktionen immer Staatsanwalt, Franz Fiedler, ein grimmiger Freund, muss ich sagen, von mir, hat im Mittagsjournal, glaube ich, am Samstag gesagt, es gilt für den Blümel die Unschuldsvermutung und er sieht keine Voraussetzung gegeben für einen Rücktritt. Ich muss das deswegen unterstreichen, Frau Berger, es hat eine andere parlamentarische Anfrage ergeben, dass im Zuge der Existenz der Korruptionsstaatsanwaltschaft es 40.000 Verdächtige und Beschuldigte gegeben hat und davon ist 1%, 400 sind verurteilt worden. Das heißt also, dass das Sieb, mit dem die Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeht, ganz kleine Löcher hat. Es bleibt immer was hängen und da muss man dann schon von der Oberbehörde prüfen, ob die berühmte Verhältnismäßigkeit da ist. Und wenn ich jetzt sehe, in der Anfrage, Sie wurden ja zitiert, Frau Reiterer, Sie haben es ja auch vorgelesen, was hat der Blümel gemacht? Er hat nichts anderes als einen anderen Bürochef zu bitten, einen Intervenienten zu empfangen. Das ist das, was wir wissen. Das hat er getan. Tu es für mich, ruf den zurück. Spende ist keine einzige geflossen, sagen der potenzielle Spender und die potenziellen Empfänger, sogar eidesstattlich. Und Herr Filsmeyer, Sie übersehen, dass im Zuge des Ibiza-Ausschusses wurden eine Reihe von Vereinen geprüft, ganz genau von der Strafbehörde, von der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ob hier unter Umgehung des Spendenverbotes Parteinadenvereinen ein Geld gegeben wurde. Diese Verfahren wurden zur Gänze eingestellt. Das heißt, diese Dinge werden geprüft. Und das hat auch die Frau Meindl-Reisinger nicht recht. Nein, aber da muss ich jetzt also... Weil eben da diese große Zahl der Beschuldigten und Verdächtigen, der Wolfgang Hesun, Siemens-Manager, der Ostermeyer, der Feilmann... Aber Sie zählen natürlich jetzt schon absichtlich nur rote auf, nicht? Nein, die sind... die haben... die sind freigesprochen worden. Aber es gibt ja auch andere. Aber ich würde jetzt gern wegen der Überprüfung... Nein, weil Sie sagen, das ist wirklich wichtig. Aber die Weisungsspitze möchte ich diskutieren. Viel haben wir nicht mehr. Nein, weil das ist die wichtige Frage. Weil die Diskussion hat ja geheißen, was ist faul im Staat der Österreich, welche Reformen sollen wir machen? Und ich sage, es muss die Weisungsspitze verändert werden, es muss die Kontrolle verbessert werden, man muss... Das ist ja genau das, was ich fragen wollte. Die Kontrolle, Herr Filzmeier, die Kontrolle soll verbessert werden. Und da ist es schon spannend, weil wir wirklich seit vielen Jahren wird darüber geredet, dass der Rechnungshof die Kontrolle haben soll. Hubert Batterer hat heute in seinem Leitartikel geschrieben, es wäre besser, es würde eine Hausdurchsuchung geben bei den Parteikassen. Wir wissen, Matthias Strolz hat einmal gesagt, Tageslicht ist das beste Desinfektionsmittel gegen Korruption und eben für Transparenz. Und gibt es hier, wenn man die Instrumente anschaut, wenn es einen Privatmenschen gibt, der jeden Beleg sammeln muss für das Finanzamt und eben die Parteien, das ist nicht gerecht. Also was generell den Bereich der Parteienfinanzierung betrifft, ergibt sich für mich das Hund-Wurst-Problem. So wie der Hund, der Flocki, ein Befangenheitsproblem hat, wenn er über die Wurst entscheiden soll, stehen natürlich Parteien unter Befangenheitsverdacht. Denn sie beschließen ja die Gesetze, wie, auf welche Art und wie viel Geld sie bekommen. Und jetzt sage ich das als jemand, der ausdrücklich für ein System der öffentlichen Parteienfinanzierung ist. Ich finde, dass sich das System einer vorwiegend privaten Parteien und auch Wahlkampffinanzierung wie in den USA nicht bewährt. Auch bei uns hat es sich nicht bewährt, wenn ein sehr reicher Milliardär eine Partei Frank Stronach total dominiert. Umso größer muss aber die Transparenz sein. Und das Dilemma ist, dass trotz Veränderungen 2019 im Parteiengesetz, wo man eine Obergrenze für Spenden eingeführt hat, diese Transparenz nicht gegeben ist. Parteien müssen zum Beispiel, da sind sie verpflichtet, berichten, wenn Vereine ihnen nicht etwas spenden oder Geld überweisen, aber Kosten übernehmen. Also beispielsweise dort ist ein Mitarbeiter angestellt, der de facto Wahlkampfarbeit für die Partei macht. Oder eine Veranstaltung wird ausgerichtet, die dieser Verein zahlt, obwohl das Parteiinteresse offenkundig ist. Nur, der Rechnungshof kann genau gar nichts tun, wenn das eine Partei nicht machen würde. Ich spreche in der Möglichkeitsform. Er hat nicht die Möglichkeit, wie das Finanzamt mir gegenüber, im Extremfall bis zu einer Kontoeinsicht zu gehen, was wurde damit bezahlt, ist das allenfalls korrekt. Ich kann nicht sagen, weder als Bürger noch als Besitzer eines Unternehmens, ich habe hier die Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers zum Finanzamt und jetzt könnt ihr das nur zur Kenntnis nehmen. Genau so ist aber der Rechenschaftsbericht bei Parteien aufgebaut. Die sind von Wirtschaftsprüfern gezeichnet, das ist korrekt und richtig, aber der Rechnungshof kann es nur zur Kenntnis nehmen. Ich möchte nicht wissen, wie es Bürgern geht, wenn sie sagen, ich kann mich möglicherweise nicht mehr erinnern, ob das vollständig ist, was ich angegeben habe und was mir auch fehlt, sind personenbezogene Konsequenzen. Es muss eine Partei allenfalls Strafe zahlen, wenn man zum Beispiel die Wahlkampfkosten überschritten hat, wie die ÖVP 2017, aber nicht nur irgendwie, sondern von sieben erlaubten Millionen wurden 13 Millionen ausgegeben und dann sagt man, man zahlt die Strafe, die wird aus Steuergeld bezahlt von der Parteiförderung, gibt aber keine personenbezogenen Konsequenzen. Also wenn ich mich um sechs Millionen irre, das kann mir doch nicht zufällig passieren. Wenn mir so etwas als Geschäftsführer einer Firma passiert, bin ich dran. Transparenz ist eines der wichtigsten Mittel gegen Korruption, das sehen ja Sie auch. Ja, und ich meine, es ist natürlich nicht einsichtig, dass dort, wo staatliche Mittel an einen Dritten fließen, an wen auch immer, einen Privaten, über Förderungen oder andere gesetzlich vorgesehene Zuwendungen, dass dann nicht volle Rechenschaft abzuliefern ist dem Staat. Hier muss es eine Parität geben. Der, der staatliche Mittel erhält, muss auch voll Einsicht und Transparenz gewährleisten. Und daher gilt das wohl auch für die Parteien. Aber unser Thema ist ja wirklich ein großes und die Frage ist, warum sind wir dort, wo wir heute einen Befund machen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten geht. Und das hat nicht nur was mit Parteienfinanzierung per se zu tun und mit Vereinen, die man nach Ibiza gehört hat, sondern natürlich auch mit einem Umbau des Staates durch Ausgliederungen etc., wo die Hauptlast der Budgetmitteln mittlerweile nicht mehr unmittelbar von Staatsorganen vergeben werden, sondern von sehr, sehr vielen selbstständigen Unternehmungen, die gerade in der Causa, die die WKStA untersucht, eine Rolle spielen sollen. Also im Juni letzten Jahres 2019 wurde das Parteiengesetz reformiert. NEOS und die ÖVP haben der Reform nicht zugestimmt, weil die Sozialdemokraten und die FPÖ gemeinsam abgelehnt haben, den Rechnungshof zuständig zu machen. Ich habe hier die Meldung mit dem Parteispenden Rendi Wagner misstraut dem Rechnungshof. Die SPÖ-Chefin lehnt eine direkte Einsichtnahme in die Bücher durch den Rechnungshof ab. Und deswegen ist der Rechnungshof nicht... Aber die ÖVP hat das auch sehr lange abgelehnt. Die ÖVP hat im Jahre 2019, Verreiterer, seien Sie bitte objektiv, im Jahre 2019 hat die ÖVP den Antrag gestellt, dass der Rechnungshof Einsicht hat und im derzeitigen Regierungsprogramm der Koalition Kurz Kogler ist ein Punkt Einsichtnahme des Rechnungshofs in die Bücher, vollständige Herstellung der Transparenz und ich hoffe, dass das sehr bald umgesetzt wird. Weil das ist eben genau die Frage, warum das eben noch immer nicht umgesetzt wird. Papier ist geduldig? Ja, aber das kann man ja trotz der Pandemie machen. Das ist eine heikle Geschichte, wenn Sie sehen, dass die Sozialdemokraten voll dagegen sind. Darf ich dazu sagen? Jetzt muss gleich nur... Bitte. Ich möchte einen anderen Gedanken noch aufgreifen, wenn der Herr Präsident Kohl jetzt für die, eine unabhängige Weisungspitze, für einen Bundesanwalt ist und dass die Weisungspitze über den Staatsanwälten eben nicht mehr der Justizministerin oder der Justizminister ist, das ist ein Gedanke, den es schon sehr lange gibt. Wir haben ihn schon einmal auch in dieser Sendung diskutiert. Und Sie haben mir heftig widersprochen. Und der Gedanke, der da dahintersteckt, ist ja der, dass die fachliche Aufsicht von einer... nicht von jemandem gemacht wird, der nicht ein politisches Amt hat. Und so dass jeder Anschein einer politischen Vorgangsweise oder politisch motivierten Vorgangsweise vermieden wird. Und ich hoffe, vielleicht geht die ÖVP jetzt mit bei der... in der Richtung so einer unabhängigen... eines unabhängigen General- oder Bundesanwalts. Aber weil Sie auch gesagt haben, mehr Kontrolle und mehr Berichte. Wir haben diese Woche ja auch erlebt, die Aussage der Frau Dr. Jilek im Untersuchungsausschuss... Was könnten Sie wegen dem Rechnungshof, weil das ist schon auch so, dass die großen Parteien hier sehr lange nicht dafür waren, dass der Rechnungshof wirklich bis ins kleinste Detail in die Parteikassen schauen kann. Ich bin der Meinung, dass der Rechnungshof hier umfassende Prüfungen machen soll. Und ich weiß nicht, was da genau dahinter steckt, ob mit Einschau alles gemeint ist, was ansteht. Aber ich glaube, dass hier so eine umfassende Prüfbefugnis ist. Und nur ist schon auch wieder das Stichwort, wenn Sie sagen, es muss mehr kontrolliert werden, auch bei den Staatsanwälten. Die Frau Dr. Jilek hat uns ja geschildert, wie sehr das effektive Arbeiten einer Staatsanwältin behindert werden kann, wenn sie alle drei Tage der Oberbehörde berichten muss und so von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten wird. Und sie war für diese Ibiza-Sache zuständig, hat dann aufgegeben und ist jetzt Richterin geworden. Also ich glaube, diese Aussage sollte man schon auch sehr beachten. Und man sieht, wie schwer es zum Teil den Staatsanwaltschaften gemacht wird durch eben ein überbordendes Berichtswesen. Aber in dem Fall ist ja überhaupt nicht berichtet worden. soll die wieder fallen beziehungsweise die Idee dieser neuen Weisungsspitze. Wie würde das dann aussehen, jetzt auch von Ihrer Vereinigung? Wie würde diese Person, soll die dann gewählt werden? Von wem soll sie gewählt werden? Und wie stellt man dann wirklich fest, dass das eine wirklich unabhängige Person ist und nicht ein Staat im Staat? Also die Berichtspflichten ist das eine Thema. Das wäre für uns ein erster Schritt, dass wir hier vor allem auch verfahrensbeschleunigend agieren können und dass die Staatsanwälte ihrer Kernarbeit nämlich dem Ermitteln nachkommen. Der Rechtsschutz ist tausendfach gewährt im Ermittlungsverfahren durch gerichtliche Kontrolle, durch Einspruchsmöglichkeiten, durch Qualitätssicherung mit Gruppenleiter, mit Behördenleiter, mit Oberstaatsanwalt. Also es geht ja keine Entscheidung raus, die der Staatsanwalt allein trifft, sondern es sind immer vier Augen zumindest damit befasst. Das zweite große Thema, und das ist mir persönlich und auch uns als Vereinigung ein wichtiges Anliegen, ist, dass die Weisungsspitze endlich losgelöst wird. Und zwar, da geht es mir auch schon um die Anscheinsproblematik. Wir diskutieren seit Jahren darüber, dass es hier politische Vernetzungen mit der Justiz gibt. Das schadet ja nicht nur der Justiz, das schadet ja auch der Politik, weil sie sich ständig dafür rechtfertigen muss, dass sie Einfluss nehmen könnte. Wichtig ist aber für diesen Generalstaatsanwalt, dass das eine Person ist, die definitiv unabhängig ist. Die muss die Voraussetzungen für das Richteramt erfüllen, langjährige Expertise im Strafrecht haben und auch die Bestellung muss unabhängig erfolgen, darf nicht parteipolitisch besetzt sein, weil wir sonst wieder in das gleiche Dilemma kommen, nämlich, dass wir einen de facto Schattenminister haben, dem wieder das gleiche Vehikel oder der gleiche Hinkebein umgehängt wird, nämlich, dass er Einfluss nehmen wird, weil er parteipolitisch agieren möchte. Das muss unbedingt verhindert werden. Aber ich möchte es nur verstehen, das Problem. Ich verstehe es noch nicht. Auch diese Person steht an der Spitze einer Weisungshierarchie. Diese Person ist nur nicht wie in der Verfassung vorgesehen, oberstes Organ, dem Parlament verantwortlich oder doch. Herr Rohrheiter. Und das Zweite ist, und das ist das Wesentliche, das ist das Wesentliche. Alle Weisungen, zumindest die, die rechtmäßig erfolgen, in der rechtmäßigen Form, sind auch dem Parlament mitzuteilen. Nach 29 Absatz 3, glaube ich, Staatsanwaltsgesetz ist ein jährlicher Bericht darüber zu erstatten. Also mehr als eine solche Transparenz von Weisungen, die, und da muss man, lassen Sie mir nur den Satz sagen, das Ganze hat ja auch einen Grund, dass es eine Oberbehörde gibt und vielleicht noch eine vorgesetzte Behörde oder Oberbehörde. Da geht es im Kern nicht darum, dass jemand gegängelt wird oder vielleicht ein unlauteres Motiv stattfindet. Hier geht es um Qualitätssicherung. Und hier geht es aus meiner Sicht auch, und ich spreche jetzt nicht von den Staatsanwaltschaften allein, das Prinzip der Weisung ist eines, das der österreichischen Bundesverfassung, die schon mal wunderschön war, immanent ist. Hier geht es darum, dass man Sicherheit bekommt, indem ein Vorgesetzter der Meinung, die der Untergebene vertritt, beitritt und ihm daher die Sicherheit gibt, zum Beispiel in glamourösen Fällen, ausgestattet zu sein mit dem Package, das man von oben hat. Also man sollte sehr vorsichtig sein, hier zu drehen. Aber zusammengefasst, Sie sind gegen eine Änderung der Weisungsspiele. Nein, ich möchte es verstehen. Diese Argumentation ist momentan für mich nicht schlüssig. Darf ich da nur? Die Qualitätssicherung steht für uns außer Diskussion. Die muss gewahrt sein. Aber die Oberstaatsanwaltschaften sind ja Staatsanwaltschaften. Wir verwehren uns ja nicht gegen die Weisung. Wir stehen ja für die Weisung. Aber losgelöst vom politischen Tagesgeschehen. Wenn das vermischt wird, darum diskutieren wir da ja wieder. Weil das zumindest immer von der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Und das schadet dem Vertrauen in der Bevölkerung und damit dem Rechtsstaat. Darf ich noch kurz? Ich muss kurz insistieren. Was ist der Unterschied zum Finanzminister im Steuerverfahren? Der ist genauso oberstes Organ. derjenige, der die Weisungen geben kann. Was verstehen Sie unter politischem Tagesgeschäft? Ich gehe davon aus, dass kein Justizminister aus politischen, täglichen Gründen oder was man immer unter Tagesgeschäft versteht, solche Weisungen erteilt. Sondern deswegen, weil er die Kompetenz hat. Genauso wie das ein Gesundheitsminister in seinem Aufgabenbereich hat oder ein Finanzminister. Also ich muss sagen, ich komme zum gleichen Schluss wie Sie, Frau Präsidentin. Aber mit einer anderen Begründung. Ich bin so wie Herr Peschom für die Qualitätssicherung. Im gegenständischen Fall muss man sagen, hat sie nicht stattgefunden. Weil die Oberstaatsanwaltschaft nicht den Bericht bekommen hat, rechtzeitig, sondern erst am Vortag. Es konnte also die Frage, der Kurztermin hat nicht stattgefunden, weil es eine Namenverwechslung gab. Das konnte nicht geprüft werden. Es konnte nicht geprüft werden, die Fragen der eidesstaatlichen Erklärungen, der Spenden. Das ist alles Qualitätssicherung. Das ist in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Ich bin der Meinung, dass die von Ihnen angesprochene Weisungsspitze in der Form des Rechtssektionschefs und des Ministers nicht funktioniert. Kein Minister greift in eine staatsanwaltschaftliche Angelegenheit mehr ein. Nur nicht hingreifen. Das ist so gefährlich, weil es ja noch etwas gibt, was wir noch gar nicht besprochen haben. Die skandalöse Veröffentlichung geheimster Besprechungsprotokolle von Oberbehörden mit Unterbehörden in den Medien. Das muss auch unterbunden werden. Aber Herr Kohl, Sie übersehen etwas. Entschuldigen Sie, es gibt den Weisungsrat seit wie vielen Jahren? Wie viele Fälle sind dort? Der Weisungsrat übernimmt der genau, ganz offensichtlich, wenn ich es verstanden habe, das, was Sie jetzt erwähnt haben. Darf ich das nur zu Ende führen? Der Weisungsrat übernimmt die Frage, was in klamourösen Fällen geschehen soll. Aber was ich meine, ist ja das, was der Sektionschef im Justizministerium in der Regel tut, die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften. Kein Minister langt mehr hin. Der Sektionschef, Bill Nacek, wurde von einer Staatsanwaltschaft abgeschossen, man kann das nicht anders so bezeichnen. Daher ist das alles ineffizient. Ich meine, ich muss Ihnen nur sagen, wie der Mann bestellt werden soll oder die Frau. So wie Sie gesagt haben, so wie der Rechnungshof-Präsident Unvereinbarkeiten, scharfe Unvereinbarkeiten vom Parlament gewählt, vom Bundespräsidenten ernannt, unabsetzbar in der Verfassung vorgesehen und dem Parlament verantwortlich. Wie der Rechnungshof-Präsident, so auch ein Bundesanwalt. Das wäre die Konstruktion, die ich glaube, uns viel weiterhelfen würde. Es ist zum konkreten Fall, ob hier die Staatsanwaltschaft etwas falsch gemacht hat oder nicht, das werden die Gerichte klären. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Es gibt die Möglichkeit für Beschuldigte hier Rechtsschutz bei den Gerichten zu suchen und die werden zu entscheiden haben, ob hier etwas falsch gewesen wäre oder nicht. Und zur Frage der Weisungsspitze muss man schon sagen, dass wir in Europa so eins der letzten Länder sind, wonach der Justizminister, die Justizministerin die oberste Weisungsspitze bildet. Sondern, ja, aber in fast allen anderen Ländern gibt es einen Generalbundesantrag, der Staatsanwalt, der die oberste Weisungsspitze bildet, der natürlich noch unten Weisungen geben kann, um die fachliche Kontrolle auch sicherzustellen, aber der so gut als möglich vor politischem Einfluss geschützt ist. Das bin ich Ihrer Meinung. Herr Dinsmeyer, am Dienstag, eine Gretchenfrage wird auch sein, am Dienstag gibt es ja die Sondersitzung des Nationalrates. Man weiß jetzt auch nicht, ob ein Misstrauensantrag eingebracht wird gegen Finanzminister Blümel. Und hier ist die Gretchenfrage natürlich, was machen die Grünen, die ja für Transparenz stehen, für saubere Politik, damit nicht aus den besten beiden Welten die Reste beider Welten werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, was hätten die Grünen gesagt in dieser Woche, die gerade abgelaufen ist, wenn sie noch in Opposition oder außerparlamentarisch gewesen wären. Kritik wäre wahrscheinlich noch ein milder Ausdruck dafür, aber die Grünen werden einem Misstrauensantrag wohl nicht zustimmen, denn sie haben dem Misstrauensantrag oder mehreren gegen Innenminister Nehammer nicht zugestimmt, obwohl da Argumente vorgebracht wurden, die noch viel mehr mit Grün-Positionen übereingestimmt haben. Also gehe ich davon aus, dass aus Koalitionsräson das nicht gemacht wird. Das Dilemma der ganzen Debatte, auch in der Diskussion scheint mir aber zu sein, dass man versucht, über Strukturen zu sprechen, die man machen kann, im Parteiengesetzbereich, bei der Führungsspitze, im Justizbereich, aber das ist alles sinnlos, wenn die nicht entsprechend gelebt werden. Sie haben so schön gesagt, Sie gehen davon aus, dass nach bestem Wissen und Gewissen oder Ihr Begriff war Kompetenz, entschieden wird. Ich kann einen Bundesstaatsanwalt, wie immer genannt, machen. Ich kann ihn sogar wie in den USA wählen lassen. Vom Volk hat sich nicht bewährt, weil dann Wahlkampf mit verurteilten Zahlen etc. geführt wird. Und wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, genau so etwas will man nicht. Erscheint mir auch logisch, dass das nicht der Qualitätssicherung dient. Man kann natürlich das auch im Minister belassen, aber da schwingt dann schon mit, man hält die Leute ein bisschen für naiv, wenn nicht blöd, als würde es in Österreich das nicht geben, dass, wenn schon nicht direkt politisch, sondern über Kabinette versucht wird, Einfluss zu nehmen. Oder es wäre genauso schlimm, wenn das so ist, wie Sie gesagt haben, Herr Kohl, ich greife nichts mehr an, weil das ist kein Kompetenzkriterium, sondern ich überlege mir ja auch wieder nur politisch. Das ist mir zu heiß, also Finger weg. Und das Dilemma im Detail könnte sein, bei dieser Person vom Parlament bestellt. Es ist das Wort Staat im Staate gefallen. Das kann ich natürlich machen, ich mache sehr, sehr lange Amtszeiten. Dann kann man sagen, diese Person wird unabhängig, weil es im Regelfall, wenn ich es nicht gerade in ganz jungen Jahren als Sven werde, kein anderes Amt mehr anstrebt, dann aber kann es auch eine Verselbstständigung geben. Also der Punkt des Politikwissenschaftlers, all diese juristischen Konstruktionen kann ich rechtlich natürlich argumentieren. Aber wenn sie politisch nicht mit dem entsprechenden demokratiepolitischen Grundkonsens erfüllt werden, dann scheitert jedes dieser Modelle. Vielen, vielen Dank. Wir sind leider am Ende der Sendung angelangt. Nach uns sehen Sie den Doc-Film Taxi, Taxi, 24 Stunden unterwegs von Christina Kerrekes. Am Dienstag, wie gesagt, gibt es die Sondersitzung des Nationalrates zur Causa Blümel. Und kommende Woche werden wir sehen, ob und wie sich die Lockerungen und die Mutationen auf die Infektionszahlen auswirken. Ich danke meinen Gästen hier im Studio für die Diskussion Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Auf Wiedersehen. Bis nächsten Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017